Seit dieser Woche bist du jetzt auch offiziell für uns im Dienst und tätig. Wie sind denn deine ersten Eindrücke vom Verein? Ja, guten Tag zusammen. Eigentlich sehr positiv. Ich habe ein ganz gutes Spiel am Sonntag gesehen. Ein Spiel, wo meiner Meinung nach wir waren die bessere Mannschaft. Bis zu den letzten Konsequenzen in der Überzeugung im Strafraum. Wir haben Torchancen gehabt. Und es war ein ganz gutes Spiel für mich zu sehen, was die Jungs können. Gleichzeitig diese euphoriene Energie, die man spürt immer in Darmstadt, immer wieder. Vor allem im Warm-up. Ich habe den Warm-up angeschaut und ich war abgelenkt von der Südkurve. Wie laut sie waren, wie sie haben gesungen und geschrien. Fast durch den ganzen Warm-up und im ganzen Spiel sowieso. Und das ist etwas einzigartig hier in Darmstadt. Und nicht selbstverständlich vor allem in der sportlichen Situation. Aber das spiegelt immer meine Entscheidung, die ich getroffen habe, hier mit Darmstadt 98 zu. Das ist eine Mannschaft, ein Verein, der voll mit Leidenschaft, Energie und Intensität ist. Und ich freue mich, unglaublich hier zu sein.